ja hallo freunde es ist wieder soweit kassel trader zeit heute mal wieder aus dem sonnigen aus dem sonnigen zypern was sonst ja verliere die hälfte aber gewinne das doppelte mal wieder ein reißerischer titel so ganz so spektakulär ist es nicht trotzdem ist es was interessantes und zwar wir machen wir heute einen long aktien trade ein jahr per leap call versus aktien invest versus zebra trade und so weiter wir gehen mal mit meinem optionnet explorer ein jahr zurück schmeißen wir die zeitmaschine wieder an und sagen einfach mal wir hätten vor einem jahr die aktie gekauft also die nvidia gekauft hier nach long leap darum geht es ja eigentlich gucken mal was der leap call gemacht hätte ich zeige auch noch mal ganz kurz den zebra der ist ja momentan auch überall auf den kanälen verbreitet deswegen muss ich da nichts mehr groß zu erzählen ja und muss ich auch nichts mehr groß zu erzählen der osteraktion ist übrigens vorbei im trade scanner war wieder rege beteiligung besten dank dafür der markus wird sich auch gefreut haben zoom ist ein bisschen knapp jetzt wieder bei mir die den monat glaube ich habe in der letzten april woche noch was frei im mai wird ein bisschen mache ich ein bisschen weniger weil ich da nach deutschland fahren will mit meinem junior ein bisschen mal im freizeitpark und so weiter wenn ich das auf meine alten taare noch schaffe in der achterbahn ohne mich dreimal zu übergeben ja ammo muss ich auch nichts mehr zu sagen ich denke mal wir geben mal gas mal gucken ob ich das jetzt hier alles koordiniert kriege was wieder geplant habe also hier steht schon als erstes 20k unfriendly also der olaf macht da den deutschen wieder ein bisschen den strich durch die rechnung nichtsdestotrotz könnte man es theoretisch handeln ja dann bleibt noch nicht mehr viel lust für was anderes aber es wäre machbar also long long leap call auf nvidia oder aktie kaufen also wir haben wir gehen jetzt mal davon aus ich habe jetzt mal das beispiel auf letztes jahr gelegt bis jetzt in märz rein damit man es halt mal testen kann was wäre denn halt da rausgekommen wenn ich den trade jetzt erst aufsetzen wissen wir ja nicht wo nvidia nächstes jahr steht macht ja auch keinen richtigen sinn oder auch keinen richtigen spaß da irgendwas groß vorzuführen weil hätte könnte wir wollen es mal machen wie wäre es denn wirklich gewesen denn also wir haben mehrere möglichkeiten also wir sind erstmal long nvidia noch wir gehen mal ein jahr zurück 2023 was jetzt gerne im märz glaube ich habe ich gucke ich gleich die optionen aufgesetzt wir sagen einfach letztlich jahr im märz super nvidia tolle aktie will ich haben jetzt mal natürlich zwei möglichkeiten oder eigentlich immer drei jahr zwei möglichkeiten zwei prinzipielle möglichkeiten wir kaufen am markt meinetwegen jetzt damit was besser vergleichbar machen können 100 nvidia zum marktpreis per buy limit per per market order oder wie auch immer oder eben per options trade wir können für fünf also jetzt können wir die options trades natürlich auch wieder aufsplitten da gibt es ja 80 milliarden möglichkeiten es haben mal so die bekannteste und aktuell wird ja auch oft auf anderen youtube kanälen gezeigt wäre natürlich der zebra trade zeige ich euch gleich ganz kurz also wir können für 50 prozent der kosten zum beispiel den zebra trade aufmachen statt 100 dollar geben 50 dollar aus jetzt mal als kleines beispiel na wie geht ein zebra man kauft ein at the money call und verkauft zwei in der money puts dabei muss man dann halt nur noch beachten natürlich eine laufzeit ich habe jetzt einfach mal einen lieb genommen ein jahr danach also das ist jetzt noch mal ein anderer trade zebra der lieb kommt gleich das delta sollte dabei 100 betragen wir wollen ja möglichst an dem aktienkurs antizipieren also wenn der antizipieren also partizipieren manche natürlich also wenn der kurs hoch geht wollen wir möglichst mehr oder weniger eins zu eins dabei sein das ganze ist eine zwei leck strategie das wir genial geschrieben ist egal ihr wisst ihr könnt es ja trotzdem lesen mit drei kontrakten zwei in der money puts eine etter money call so moment jetzt gehe ich mal in meinen wir alles vorbereitet alles vorbereitet so hier haben wir zeitmaschine angeschmissen wir sind jetzt einfach am 5. april 2023 heute am 7.4 24 wir machen den trade jetzt aber nicht weiter und ich lösche das nachher alles wieder nur mal um euch zu zeigen hier steht die nie wieder aktie steht bei last course 266 dollar ja jetzt haben wir hier ein 265er short call so und dann müssen wir natürlich noch zwei long calls dazu kaufen in the money bei 195 jetzt in dem fall dann haben wir zweimal 82 macht jetzt prima daumen 165er delta und wir haben natürlich noch ein negatives delta nur weil minus verkaufen call hat ein positives delta minus mal plus ist minus haben wir noch ein 63er negatives ja jetzt müssen wir natürlich die zwei die zwei positiven deltas minus das eine negative delta kommt dann auf 100 wenn man das gegeneinander rechnet siehe da wenn man den toilet ich habe den ja so aufgesetzt jetzt ist er hier und dann seht ihr hier schon das delta ist bei 101 sogar noch ein ticken drüber ja und wenn es die aktie steigt dann antizipiert partizipieren wir eins zu eins an dem kursverlauf haben natürlich auch kosten in dem fall jetzt hier das ist jetzt prima daumen aufgesetzt aber es passt ja einigermaßen 13.800 dollar ja auch die kommission ist noch 2 dollar 64 obendrauf das war es dann auch gewesen merken muss mal 13.800 dollar kostet uns der ganze spaß kaufst du 100 stück bis über 26.600 also der hälfte und genau dasselbe spiel machen wir jetzt aber auch noch mit einem anderen das könnt ihr jetzt machen einwandfreie strategie zebra nix dran zu meckern ich wollte es ja auch nur mal erwähnt haben jetzt machen wir aber wo war ich denn jetzt hier auf der nächsten seite wir können aber auch einfach nur mal so ganz simpel gesagt einfach nur mal für 50 prozent einsatz einen einzigen longleap koal kaufen das machen wir ein bisschen nach hier das machen wir auch ein bisschen nach da meine schönen powerpoint vorhin hier alles durcheinander wieder 3 2 lecks 3 kontrakte oder einfach nur mal einen kann man auch machen es gibt jetzt aber auch nicht wirklich das ist es und das ist es nicht geschmackssache nur der eine sagt ich habe da mal kurz reinkaufen einen haufen longleap und der andere sagt ich mache halt einen zebra ist ja völlig legitim also was können wir machen wir kaufen beispielsweise einen zucker ein jahres die call auf beispielsweise entweder 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 ein beispiel müssen wir ja nehmen können auch irgendeine andere aktie nehmen wir wollen ebenfalls dieselbe performance machen als würden wir die aktie direkt kaufen delta 100 und wir wollen nur 50 prozent der kosten haben hat man beim zebra auch wir kaufen also den call so das ist jetzt quasi schon das regelwerk wie man das macht wir kaufen den longleap ungefähr ein jahr kommt gleich noch die screenshots verkaufen also den call circa circa zur hälfte des aktuellen preises oder die anderen aktie 50 prozent das delta beträgt in der regel über 90 also ich glaube es war 93 oder sowas geht dann aber auch recht schnell gegen 100 99, hast du nicht gesehen wenn es halt in die richtige richtung geht dann geht der trade ja immer weiter ins geld er ist ja eh schon im geld ja es ist quasi ist auch wichtig gar kein t also kein t da drin das heißt wir bezahlen nur fast nur den inneren wert ich glaube hier sind es 0,04 dollar also 4 dollar dann umgerechnet mal 100 war beim zebra glaube auch so ähnlich ja schauen wir uns den trade auf den beiden folgeseiten mal kurz an jetzt muss ich gucken weil ich habe keine lust zu schneiden ich habe es mal über meine screen shots rein woher habe ich das richtig gemacht genau fünfter april 2023 das sind wir wieder Nvidia immer noch hier hat man jetzt haben wir jetzt einen kurs von last 268 dollar ich kann das jetzt noch ein bisschen hin und her schieben nur hier 268 dollar brutt gut gelaufen würde ich mal sagen ich habe sie leider nicht gehabt so 268 wir haben gesagt wir kaufen in the money call für ungefähr die hälfte vom kurs also ganz simples regelwerk nehme aktuellen kurs geteilt durch zwei bumm bist du hier bei 140 mal zwei macht 280 gut haben wir jetzt nicht hunderttausendprozentig getroffen aber ich habe jetzt mal eine gerade zahl genommen es heißt ja auch nur ungefähr ist ja jetzt nicht der regel du musst genau geteilt durch zwei machen circa zur hälfte vom kurs 93 38 du kannst auch hier den nehmen wäre völlig wurscht kannst du hier nehmen 95 knapp 95 delta hier 93 halber delta so den kaufen wir jetzt genau da hier gehen wir rein so hat man noch ein screenshot wo ist er und dann gucken wir mal haben wir ich sage es euch noch mal hier wir haben den trade äh wo steht er denn 15. März 24 genommen wir haben 5. April 23 mit 345 DTE also ansatzweise ein jahr läuft ab am 15. März 24 wäre jetzt rückwärtig gesehen natürlich ähm ausgelaufen weil wir haben ja April 24 so jetzt sehen wir hier 1 also noch ein DTE 15. März 24 ich habe also bin also hingegangen okay lass mal das ding laufen wir sehen hier der 140er call kostet hier im mitpreis 140 dollar ein jahr quasi später einen tag vor verfall unser 140er call hat einen mitpreis von 739 hat also eine trade lag profit and loss also auf dem bein also auf dem auf der einen option auf dem lag das kann man sich ja alles wunderbar auch pro lag anzeigen lassen von 599 dollar 15 dann sehen wir es auch schon 500 das ganze ähm mal 100 macht 59.913 wir hatten Kosten von 14.000 die sollten wir hier auch irgendwo haben da Kosten 14.000 quasi ein jahr später sind die Kosten natürlich immer noch gleich ähm äh das ganze ding ist 739 äh 73.955 also sprich 739 und dann seht ihr hier der mitpreis tata 739 abzüglich der Kosten die wir am Anfang hatten haben wir einen Profit von 599 mal 100 sind wir wieder bei den 59 1599 jetzt habe ich mein dusseliges Foto natürlich da genau da vorgezimmert hier jetzt kann ich das nicht mal ja ich wollte ja nichts groß sagen einfach nur hier ne hier sind wir rein hier oben ist dann Nvidia hier ist auch nochmal ein Pfeil äh ich kann es auch nicht wegschieben es gibt die Software irgendwie nicht her wieso auch immer also ich würde mal sagen ist eine coole Aktion aber damit das jetzt auch jeder versteht bin ich natürlich hergegangen habe die ganze Geschichte auch noch mal ähm kalkuliert ne nach einem Jahr beziehungsweise kurz vor Exploration schauen wir uns unseren Lieb wieder an die Bilder habt ihr ja jetzt eben gesehen aber kann es ja keiner merken tatum jetzt haben wir das ganze mal aufgeführt also wir sind hingegangen am 5.04.23 wir haben einen Call auf Nvidia gekauft mit Laufzeit 15. März 2024 mit 345 Tagen Laufzeit bei 140 DTE das ganze hatte also war natürlich Deep in the Money 93er Delta gehabt der Kurs lag bei 140 Dollar 40 ungefähr die Hälfte vom Nvidia Kurs Nvidia stand bei 268 ja ungefähr die Hälfte steht ja auch circa muss nicht exakt sein aber nochmal für die einfache Berechnung sagt man einfach nimmst du die Hälfte vom Aktienkurs und dann hast du es die Kosten unseres Liebs waren 14.040 der Nvidia Kurs war bei 268 hätten wir die 100 Aktien direkt gekauft hätten wir 26.800 Dollar bezahlt so Wert Call am 15.03 ein Jahr später ein Tag vor Verfall also hier steht es ja Rest 1TTE das Track ist natürlich immer noch 140 ist natürlich dadurch dass Nvidia gestiegen ist ist natürlich der in the Money Call extremely deep in the Money geworden 99,99er Delta also mehr geht dann halt auch nicht mehr wir gehen ja nur von 0 bis 100 der Preis habt ihr ja gesehen gehabt im Mitpreis der ist auf 739 Dollar angestiegen von dem 140er das Ganze macht jetzt ein Profit von 73 oder ne der Wert hat jetzt natürlich 739 mal 100 logischerweise also hat er insgesamt einen Wert von 73.900 jetzt haben wir ja noch die Ausgaben gehabt 73.900 minus 14.040 macht 59.860 Dollar Profit unser maximaler Verlust wäre natürlich gewesen die 14.400 ich bin verschrieben Entschuldigung 14.040 14.400 ist natürlich Schwachsinn die müssen 14.040 stehen also der Einsatz ist unser maximaler Verlust so da haben wir eine Performance von 426 Dollar hingeschmissen 14.040 zu 59.860 hätten wir das selber direkt gekauft hätten wir natürlich ansatzweise in Klammern gesetzt das Doppelte bezahlt 14.000 mal 2 wäre natürlich jetzt 28.080 Dollar dadurch dass wir ja nicht exakt zur Hälfte gekauft haben haben wir aber trotzdem einen doppelten Kaufpreis für Nvidia das Risiko ist auch dass sie auf Null fällt 26.800 hätte es gekostet so der Wert am 15.03 der steht ja hier auch nochmal am 14.04 habe ich ja jetzt hier wieder geschrieben na egal mal ein bisschen verhaspelt zwischendurch auf jeden Fall einen Tag vor Verfall ich wollte das erst direkt am Verfall nehmen aber einen Tag vor dem Verfall haben wir ja den Screenshot gemacht hat die Aktie einen Wert von 100 Stück 87.944 warum jetzt 87.944 ich zeige euch noch mal ganz kurz das kann ja durcheinander kommen weil Nvidia doch der 15.03 ist da habe ich mir den 14.03 völlig daneben gelegen na gut also einen Tag später wäre ja wurscht weil die Aktie ein Close hatte von 879 mal 4 879 44 das mal 100 gibt natürlich 87.944 einen Haufen Zahlen 87.944 das hatte ich richtig okay hier müsste 15.03 stehen und die 14.03 ist aber ja wurscht macht einen Profit von 61.144 einen kleinen Ticken mehr macht aber am Ende wir können das natürlich auch exakt aufsetzen macht es 228 so und jetzt kommt der maximale Verlust 14.400 versus 26.800 beim Direktkauf ihr kauft die ja für 268 100 Stück macht ja 26.800 rauscht das Ding auf 0 weil keiner mehr KI auf der Welt haben will es sind ja auch schon diverse Sachen passiert die jetzt nicht so spannend waren irgendwelche nacktfotos irgendwo eingearbeitet worden in irgendwelche Beiträge und rechtsradikales Zeug was weiß ich könnte ja theoretisch sein passiert was Nvidia fällt auf 0 wird natürlich nicht passieren 26.800 Dollar im Eimer hier 14.400 also wir setzen die Hälfte ein machen den doppelten Gewinn 406 fast den doppelten ihr wisst schon was ich meine fast den doppelten Gewinn von 228 auf 426 verlieren aber die Hälfte also Fazit wir verdienen im Verhältnis mit halbem Einsatz gegenüber dem direkten Aktieninvest gut das Doppelte verlieren aber im Verhältnis maximal die Hälfte ja Freunde wisst ihr Bescheid so einfach kann es sein deep in the money für die Hälfte vom Preis zack rein von mir aus ein Jahr warten muss natürlich nicht auf ein Jahr begrenzt sein aber fand ich jetzt mal ganz schön das Beispiel und zack müsst ihr nicht ja ihr müsst bei Optionen nicht immer in die Aktie reingehen wenn ihr die Intention habt das Ding steigt sonst würde ich auch nicht kaufen dann kann man das auch auf die Art machen oder ihr macht es halt mit einem Zebra ich finde es so auch wunderbar ich könnte jetzt aber auch gar nicht so direkt sagen ich mache jetzt immer nur Long Leaps weil Zebras sind auch eine mega Sache es kann auf alle Laufzeiten angewendet werden ich wollte einfach nur mal zeigen wenn alle wenn alle Zebras zeigen zeige ich einfach mal wie es noch wie es auch noch geht mit einem einzigen Leck nichts anderes wollte ich euch zeigen es soll natürlich auch alles in meinen Videos in meinen Videos immer mal ein bisschen zum selber weiter mit zusätzlich denken anregen gerne alles in die Kommentare rein wenn ihr andere noch Ergänzungen habt oder sagen oh da könnten wir auch noch so oder teste doch mal das und mach mal das mach mal nochmal Video ist doch gar kein Problem dafür bin ich ja hier ansonsten wie gewohnt die Schlusswerbung Zoom Calls wie gesagt April wir haben ja am 17. das Webinar ich bin auch schon dabei die neuen Leute so ein bisschen zu sammeln weil immer mal nachfragen kommen ja ich will auch noch für das Webinar und auch für den Preis warum hast du mich nicht nicht angeschrieben kennst mich doch ja ich kenne viele Leute aber ich kann doch nicht jeden anfreiben dafür haben wir ja Instagram und YouTube ich mache im Juli ich komme am 5. Juli wieder aus Deutschland zurück ich gucke mal das ist eine Woche oder bis 10 Tage später Mitte Juni dass wir da irgendwo einen Termin machen dann machen wir machen wir das wieder mit dem mit der mit der mit der mit dem Strangle mit dem Strangle Webinar mit der mit der Black also mein Strangle den ich handele den kann ich auf mehrere Underlines handeln Index, Future und so weiter das Ganze nochmal als Black Swan Hedge nach unten nach oben mal gucken wie lange es dauert wird bestimmt eine wilde Nummer wieder aber ihr kennt das ja von mir Hauptsache alle lernen wir was und wir haben alle Spaß dabei ich wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Rest Sonntag mal gucken was wir nächstes Mal machen gerne auch mal Ideen unten rein es kommt immer mal Leute die schreiben mir was ja ich habe da schon ein paar Sachen gesammelt kriege ich mir so hin so jetzt haben wir 19 Minuten damit soll es auch genügend sein genügend sein wie gesagt schönen Sonntag bis bald bleibt mir sauber und treu ciao ciao bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020